Wie ihr unschwer erkennen könnt, befinden wir uns hier gerade im wahren Leben. Nämlich beim neuen Videodreh zu unserer Single zwei Schritte vor. Hier in diesem Video bekommt ihr quasi die geballte, wahnsinnige Form der fetten Beute. Alle Wölfe sind bereit, wir entführen euch quasi in ein Sammelsurium des ultimativen, universellen Chaos. Doch der Schäfer in der Nacht lässt die Herde unbewacht. Unfassbar, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, haben das komplette Team von George Lucas anreißen lassen. Das Make-up macht natürlich, wer sollte sonst sein, kein anderer als John Galliano. Unglaublich! Ihr werdet jetzt erstmal sehen, durch wie viele verschiedene Geschichten wir euch hier führen. Das sind unfassbare Bandbreiten an Farbpaletten, die wir euch hier quasi aufs Gesicht schmieren. Blut geleibt, weil das Lämmchen so gut schmeckt. Es war ohnehin schon schwach geboren. Gib mir Futter, noch mehr Futter, gib mir Futter, frisse Futter! So, ich probiere mal jetzt den Ton, dieser Trompeter einen Ton zu entlocken. Das ist aber nicht so einfach mit Oberlippenbart, muss ich dazu sagen. Aber man soll das ja so machen wie bei einer Vuvuzela. Das heißt, eher so. Ich wusste immer, dass aus mir nochmal irgendwas wird. Manchmal lebt ihr nur ein kleines Glück. Drei Schritte vor und dreizehn zurück. 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 Bis zum nächsten Mal. Es ist wie wieder arbeiten. Hier arbeiten, Geld ranschaffen. Zack, zack.